So viele Online-Marketing-Experten, die jetzt bei Twitch regelmäßig live streamen, gibt es ja in Deutschland zumindest nicht. Ja, tatsächlich das, was uns alle, glaube ich, zum Wandel motiviert hat, nämlich die Pandemie. Und wo ich einfach gesehen habe, okay, jetzt erstmal Vor-Ort-Termine werden weniger, wenn nicht sogar auch Vortragsslots werden weniger. Es gab ja auch tatsächlich diese unternehmerische Stockscharre Sommer 2020, also lass es so April bis Juni gewesen sein, wo halt wirklich alles sehr pausiert war. Und das waren so meine Motivationen, also ich weiß es auch tatsächlich, der 17. März war es dann schon, an dem ich dann das erste Mal live gegangen bin mit unglaublich sieben Live-Zuschauern im Chat. Das war schon eine Erfahrung wert. Das ist schon eine Menge, also... Das ist schon eine Menge.